So, ja gut, okay, der Anfang ist noch klar. Ich brauche Zutaten für einen Alterungstrank, okay. Hier kann ich auf jeden Fall zwei Knöpfe basteln, mit denen dann vermutlich eines der beiden Tore aufgeht, oder beide? Beide. Hierfür brauche ich eine Alraune. Dafür hole ich mir erstmal Ohrenschützer, weil sonst kann ich Alraune nicht anpacken. Schade, sind nicht die coolen. Oh, jetzt die Frage, wo ist diese Alraune? Oh nee, ich muss ein E bauen. Äh, obwohl, okay, so schwer ist es nicht. Ich habe gedacht, das ist wie so eine Treppe bauen, aber das ist ja... Nein. Hä? Warum kann ich das nicht mehr bewegen? Ich will das doch auseinander bauen. Ja, super, ich will das doch auseinander haben. Ich wollte die nicht so... Gut, okay. Danke. Also, für ein E habe ich erst diese Steine. Das heißt, der Rote muss nach unten. Erst der Rote, dann der Kleine. Für ein E brauche ich den Kleinen, ja. Nein. Nein. Ja. Und jetzt der Blaue. Ach, das muss doch auf bestimmte Dinger stehen, okay. So, und jetzt einmal hinstellen, bitte. Nein. Toll. Oh, ja, okay, kann ich verstehen. Das habe ich nicht gesehen, das ist auch noch ein bestimmter Posi muss. Oh, ich sehe gerade, mein Internet schwankt gerade. Ziemlich krass. Einen Moment. Ich versuche mal eben zu tricksen. Zack. Und zack. Manchmal klappt der Trick. Ach, ja. Und nochmal bauen. Ach, wie schön. Das ist alles nur, weil ich nicht gut geguckt habe. Ach. Komm schon. So, und jetzt das Blaue obendrauf. Mein Internet, was ist denn gerade los hier mit dir? Hallo. Internet. Da willst du nicht, ne? Hast du keinen Bock gerade, ja? Ich merke das schon. Warte ich einfach mal kurz. Manchmal hilft das, wenn man dann wartet. Ja, und sonst hast du heute was Schönes vor, oder so? Hast du, also weiß ich nicht, hast du was Schönes vor? Vielleicht, vielleicht auch nicht. I don't know. Ja, keine Ahnung. Wie gesagt, ich habe auch gerade, ich sehe es gerade. Es ist gerade nicht, nicht schön bei dem Internet, aber naja, okay, gut. Ist auch nicht so schlimm. So, jetzt müsste es wieder gehen. Einfach, wie gesagt, einfach mal ein bisschen tricksen, dann klappt das schon. Gut, ich habe eine Ehe gebaut. Da ist die Alraune. Jetzt nehme ich die Alraune und springe damit in den Abgrund. Ich kann mit der Alraune nicht springen. So. Das heißt, die kann ich schön neben den Topf setzen und nicht in den Topf, wie sie... Du kommst in den Topf rein, ich glaube, es hackt. So, jetzt habe ich eine Banane. Die kann ich auf jeden Fall schon mal hier reintun. So. Ähm, damit kann ich mich... Okay, ich muss das Wasser ablassen. Und ich muss irgendwie da hochkommen. Erstmal möchte ich jetzt mit dir... Dein komisches Rädchen einmal benutzen hier, zack. Du kannst nämlich das eine bestimmt einfach runterstoßen. Oder was auch immer du jetzt hier tust. Du machst die Tür auf, okay, gut. Äh, was machen wir denn, wenn wir hier das machen? Oh, du hattest vor zu existieren. Ja, das ist auch eine... Das ist auch auf jeden Fall eine durchaus gute Möglichkeit, vor allem zu existieren. Ich weiß, das ist gerade weg. Ich weiß aber nicht, woran das liegt. Keine Ahnung. Ist auch nicht so schlimm, weil viel passieren tut hier sowieso nicht. Ähm, also... Mein Gott. So. Jetzt einmal bitte teleportierst du dich mit... Ach, das soll Flohpulver sein. Das sollen Kamine darstellen. Jetzt verstehe ich erst, was das darstellen soll. Achso, nee. Das war... War schon richtig einmal ablassen. Das ist mit Flohpulver. Das sollen Kamine darstellen. Ich gebe zu, auf Kamin wäre ich jetzt nicht gekommen. Hätte ich jetzt nicht dieses grüne Feuer gesehen und dann so... Ah, Flohpulver. Okay, gut. So, Alterungstrank. Fertig. Alterungstrank trinken. Jetzt werden wir zum Einten aufbauen. Blup. Blup. Oh, richtig schnell. Komm, schaffst du. Schaffst du? Komm. Jawohl. Du hast es geschafft. Ich wollte gerade sagen, jetzt wäre es schön, wenn das Level auch beendet wird, weil ich bin da jetzt nicht so ewig lange drin rumletzen. Ja, und jetzt kommt das Finale dieses Projekts in Anführungsstrichen. Ja, das ist Vollzonic Speed gewesen, ja? Jetzt bin ich mal gespannt, was das Finale dieses... Der Jahre 1 bis 4 ist, weil danach ist es abgeschlossen. Danach ist Ende nach dieser Mission hier. Mal gucken, was haben wir hier. Okay, das ist schon mal sehr gut versteckt. Das kann man direkt reinmachen. Wir brauchen einen Stärkungstrank. Das ist mir schon mal bewusst. Okay, jetzt bauen wir eine Brücke. Ich kann doch sowas echt immer schlecht bauen. Ich bin doch nicht... Okay, gut. Das war schon mal nicht verkehrt. Jetzt packen wir den einfach so da dran und dich... Ja, ich würde halt nicht über die Brücke gehen, aber du halt schon. So. Dann diese Plattform. Dann machen wir die Spinne weg. Holen uns das. Schmeißen unseren Freund in den Sumpf, weil... Ja, brauchen wir nicht. So. Aber jetzt kommt so eine Timingsache. Obwohl das geht. Höh! Ich dachte, das kommt viel näher dran. So. Hier haben wir wieder was mit einer Allraune. Das heißt, du kannst jetzt schon mal Kopfhörer aufziehen, während du mit deiner Ratte den Schalter betätigst und die Tür aufmachst. Versuchen, was mal effektiv zu lösen. Hier, dieses... Letzte... Level. So, jetzt gehen wir mit dir zur Allraune. Die fängt an zu kreischen. Warum sollte sie auch leise sein? Wir machen damit alles kaputt. Weil im Kaputtmachen sind wir gut. So. Sag mal... In den Topf, bitte. Danke. Jetzt haben wir dieses Ding. Da können wir nicht hoch. Okay, gut. Dann gehen wir weiter. Oh, ich hab jetzt grad kurz gedacht, das wird... Ähm... So. Die Rettung kam ein bisschen spät, aber besser spät als nie, gell? So. Jetzt haben wir den Stärkungstrang fertig. Und jetzt müssen wir in der Karte ziehen, dann müsste das Tor aufgehen. Das heißt, wir haben den ersten Bereich auch schon wieder abgeschlossen hier. Ziehst du einmal in der Kette, bitte? Danke. So. Oh, nein. Oh, nein. Spiel, warum? Oh, Gott. Spiel! Oh, Gott. Die Steuerung ist so furchtbar, ne? Hallo, das war voll durch. Hallo. Komm schon. Haha. Haha. Nee, gut so. Ja, gut so. Nee, nicht gut so. Oh, nein. Nicht noch ne Treppe bauen. Spiel. Jetzt machst du mich hin und jetzt... Am Ende willst du mich nochmal fertig machen, ne? Ich merk das schon. So, dich nach... Da. Dich... Ja. Schubst einfach alles um. Ist auch egal. Spann das jetzt immer so kacke? Toll. Jetzt muss ich meine Treppe wieder auseinanderbauen, weil das Teil blöde spawnt. So. Jetzt muss ich das Teil nach da hinsetzen. Nein. Ja, genau so. Spiel. Lass mich das Teil... Spiel. Danke. Hat die Schnecke gerade die wunderschöne Treppe, die ich gebaut habe, wieder kaputt gemacht? Zumindest ein bisschen. So. Und jetzt das Ding noch nach... Da rein. So. Dankeschön. Nimmst du jetzt das Ding in die Hand? Und... Dieses Spiel kann einen echt wahnsinnig machen, ne? So. Einmal nach oben. Einmal nach oben. Danke. Immer muss man alles achtmal sagen. Nein. Okay, hier brauche ich auf jeden Fall Hermine später, weil ich da buddeln muss. Ihr habt aber keine Tiere zum buddeln. Wo ist denn der Apfel? Ähm. Ist der hier irgendwo? Da ist er. Ne, da ist er nicht. Ist der ein Apfel? Habe ich einen Apfel übersehen? Hä? Ach ne, bitte nicht jetzt so ein Rätsel, wo ich ewig dran sitze, weil ich es im Budden Apfel nicht finde. Und du kannst halt definitiv nicht wohnen. Dann mach ich das, was ich am besten kann, alles kaputt. Und es klappt, Tatsache. Da ist der Apfel. So. So, da wir... Da ich glaube, dass Harry nützlicher ist, machen wir Run zur Dame. Ähm. Und lassen direkt nochmal die Katze frei. Du solltest nicht nochmal trinken. Du solltest trinken. Das kann ja wohl nicht wahr sein, ey. So. Jetzt buddeln. Perfekt. Ich danke dir. Danke dir für das wunderschöne Buddeln. So. Jetzt ist die Tür auf. So. Dafür brauche ich... Einen... Gryff... Warte mal. Du kannst das hier auf jeden Fall mal machen. Du bist ein Gryffindor. Gut, dass da nur Punkte hinter sind. Dann brauche ich einen... Ravenclaw. Wo habe ich einen Ravenclaw? Keine Ahnung. Ich weiß die Häuser nämlich nicht auswendig. Also nehme ich auf den üblichen Ravenclaw-Jungenwusen, der da ist. Oder das Ravenclaw-Mädchen. Das ist ja egal. So. Perfekt. Da haben wir... Die Banane drin. Äh... Hufflepuff und Slytherin brauche ich noch. Das heißt... Ich kann direkt wieder hier reingehen. So. Okay, das ist jetzt sehr viel hier und her gelaufen. Äh... Ich weiß überhaupt nicht, wo die sind. Ravenclaw habe ich gerade gehabt. Cedric Diggory ist auf jeden Fall... Hufflepuff. Ja, es war eine Gryffindor. Absolut was. Genau das meine ich. So. Und zu guter Letzt wechseln wir nochmal... auf den guten Tom Riddle aka Lord Voldemort. Dann sehen wir Harry und Lord Voldemort noch einmal nebeneinander stehen. Ja, und dann ist diese Mission auch schon beendet. Und damit sind wir mit den Jahren 1 bis 4 endgültig durch. Ähm... Ja, mal gucken. Auch mal ein seltenes Duo, dass die beiden bei einem Team zusammenarbeiten, ne? Aber... So, jetzt kommt die letzte Challenge einmal noch an Pilsch vorbei. Jetzt sehen wir mal nochmal den guten... Fährt der jetzt zu Voldemort? Fände ich ja lustig jetzt irgendwie. So, jetzt muss ich irgendwie an dem vorbei, ohne dass er mich sieht. Mit einem Wahnsinn-Tempo. Schließe ich das letzte Level ab. Ja, und damit haben wir 179 von 200 Goldsteinen gefunden. Beim Abschluss, ich denke, das ist eine ganz gute Quote. Wir haben jetzt insgesamt 87,4% vom Spiel gesehen. Alle Hogwarts-Wappen gefunden. Wir sind überall ein wahrer Zauberer geworden. Bis auf 5. Also ein bisschen was fehlt noch. Das sieht man, das ist auch ganz klar. Aber eigentlich sind wir ziemlich durch. Ich bin damit auch ganz zufrieden. Und dementsprechend beende ich hiermit die Jahre 1 bis 4 auch. Das heißt, ich werde jetzt auf Tatsache offline gehen. Ich gucke jetzt mal, ob jemand online ist, den ich noch... Was ist zu sagen? Wo ich euch noch weiter schicken kann. Aber ja, Tatsache. Das heißt, ich schicke euch weiter an Pingu. Wenn ich das irgendwie hinkriege, gerade hier auf meinen Dashboard zu kommen. Ich danke fürs Zuschauen auf jeden Fall. Das war ein schöner Stream. Es war eine schöne erste Lego Harry Potter Jahre 1 bis 4. Definitiv kann ich nicht anders sagen. Und damit beende ich den Stream, Tatsache. Basti, schick dich jetzt weiter. Dann kannst du dein Essen weiter bei einem wunderbaren Stream genießen, ohne dass du da was wechseln musst. Und damit ist das Projekt abgeschlossen. Damit bin ich raus und sag bye bye.